Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Modern Warfare 2 mit dabei der Pierre Prozent heim direkt mal standesgemäße Begrüßung hier das war er hat aber noch ins diesen Römerkett der Pop-Schutz stinkt Mami schickte ja ja der stinkt gar nicht als er hat sich nach mir wenn das ist das war ein die Tat der Füße wenn dann ist es Standard stinken von einem Pop-Schutz Prozent ich war gar nicht ungelogen für fünf Jahre lang Alter der Pfläche schon wieder der Typ das nun vielleicht nicht hatten nachkommen ist 20 ach da hinten ist die Missgeburt ach komm ab ihn ach schade ey von der Seite ne von hinten sorry Mann ey von hinten Pia ne hinten ach genau ey wie ich bin unser Plan der Höhe und dann wächst nächstes Missgeburt ja ich bin gespornet die Gitarre mit der Sonne Alter immer irgendetwas von oben oder von dem Auto wird explodiert auf eine Minute die explodiert oder was auch immer läuft bei dir alter nie da kommen die voll zu zweit von der einrichtung raus als ich gerade umdrehe in just diesen paar millisekunden läuft bei denen hat er wieder mit direkt immer irgendwelche headers verteilt die missgeburt zum reagieren alle davor bist du tot ja läuft bei denen oh die Hacker der wirkserhaut mich noch nicht ja deine Mutti äh missgeburt so die sind bei mir dann näher läuft bei mir Alter was hier alles schon wieder abgeht man musst du nicht den ihr Ernst ey was da schon wieder alles runterkommt eben Hodenattacken ich bin nur noch am Campen ganz ehrlich das ist heute zwar wirklich Sinn da Alter super ach gerade einmal ist verteilt missgeburt ja genau komm Alex du bist ein Neger du bist cool so scheiße ach genau ey ich hab's eh von allen seiten komm oh ey das ist unterwegs oh man so ne ne ich schick nach Magi ach genau weiß der kid mein dann hat man das ganze Magazin auf den reingeschossen Dägen Alter ich bin gesehen um nicht zu töten mann er kann nicht wahr sein Alter Das ist unser Team direkt vor mir Ich flashe Alex da rein Aber Alex habt ihr drin was geflasht Ey wie ihr seht denn wohl Der Ball dann einfach ins Leere und trifft mich direkt Mich auch So Und nicht nur mich Und nicht nur mich Der hat auch jemand aus unserem Team eben gerade gefickt und so Da war doch grad jemand Alter Ich auf einmal lag habe und dann kommen die alle von hinten mal Wollt ihr mich verarschen? Ja genau wie die immer aus den Ritzen kommen Wo man zwei Sekunden vorher reinguckt Wie so dreckige Juden Das ist nur die Juden Missgeburt Juckt mich nicht Ach diese Die kommen auch noch immer an Ach ja komm Der hat eine Runner Klasse Der hat eine Nigger Klasse Das ist das einzige was der hat Ja ich bin mir selbstmord, lass bei mir Läuft bei dir, hast du in deinem Leben keinen Sinn mehr gesehen? Beim Versuchen eine Waffe auszuwählen habe ich ihn selbstmordbegehen Ja läuft bei dir, sag ich schon Ach komm ey Das war jetzt schon wieder ein Witz Ach komm ihr kommt doch eh eh hierher oder? Ich hab dich geholt, ne? Achtung! Feindliche Aufklärungskronen gesichtet Und das Also mit vorbei Ich will dir nur helfen, Mann Ja ich hab doch gar nichts zu dir gesagt Ich meine Ich bin wieder verloren, Alter Also generell, dass da mal keiner kam Ich hingucke Juhu Was bin ich? 25 Voll letzter Juhu aber nur weil einer nachgejoint ist Die Missgeburt Ja läufts auch Lass mich doch in Ruhe scheiße sein Nein 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 Ach komm erstmal grundsätzlich Alter Wechsel Ja We waiting We are so black We waiting We are so black We waiting We are so black We are black We are black We are black We are black Was wird hier los? We are black We are black We are black Buller die nigga Buller die Wald nigga Mein Kabel ist auch noch nicht gekommen fällt mir grad auf Heute oder gestern oder so Meine zwei nochmal Adapter Obwohl ich eigentlich einen Adapter noch habe Und vollkommen sinnlos noch einen neuen Adapter bestellt habe Aber egal Läuft bei dir Es soll müde Aber morgen ist Donnerstag Oh yeah Oh 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 yeah Alter läuft bei dir Ähm Kakarashi nigga Kaka Oh du bist ein Gegner Team Läuft bei dir Endlich gewinnig mal Fick dich du Missgeburt Semtex haftet an ihren Feinden Ja die Semtex haftet an ihrem Anus Das ist das einzige wo sie dran haftet An an deinen Eiern Ne Bestimmt nicht Ja Ich bin so froh dass ich die Facecam grad grad aufnehme aber nicht verwelten werde Wie ich so behindert grad rumschreie Warum Hm Warum Ach Pfff keine Ahnung Weil ich testen will ob das von der Ausleuchung jetzt endlich passt Weil es das letzte Mal ein bisschen zu dunkel war Und weil ich später ja dann noch Ultimate Team aufnehme Ähm Dim 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 Du bist halt schwarz Ja und das ist das Problem Jaaaa Warte da hinten Na ich kämpfe Piss dich Ja genau dann ist da oben einer wo ich nicht drauf achte man Komm machen wir erstmal hier den hier Moment Komm bitte Komm bitte Oh jetzt hab ich nen Tüber in meinem Team läuft bei mir Ach scheiße man das ist doch voll schwul dass der das da gesehen hat Ich sehe einfach keinen Bevor ich da reagieren konnte Bin ich direkt tot Ja läuft bei dir Ey das Problem ist auch manchmal dass ich die Spots wieder finde die ich vorher gut fand Ich find die manchmal einfach nicht Ach komm ey wärs gar was für nen Wichser war Oh Gott Wie man nicht mal mehr zu dem Spot kommt den man eben grad für gut befunden hat Ach mal ey Wenn man einfach schon auf dem Weg abgeknallt wird dorthin Hm Naja komm lauf gegen Pfosten Alex Ja genau wie der immer irgend so nen Hurensohn ist man Figgt euch doch alle Wir bringen keinen Hurensohn du Hurensohn Juckt mich nicht Sag ich doch man Ich einfach grad 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 nicht drauf achte weil ich einfach nur zum Campingspot will aber nicht kommen Boah er hat ihn noch wieder von der Seite Ey ihr habt doch Penner Der hab ich mich grad erschreckt Lol lol Wieso ist der gestorben Wieso ist der gestorben Ich hab hier nicht mal Der will der mich verarschen Warum erschreckt der mich so aus meinem Team Ach komm steh doch nicht hier rum man Ja Alex genau Ihr kennt mich auf den Dächern ey Wie soll ich denn die da sehen Na das habt ihr eben grad genauso Deine Mutti macht das auch so Ach geil Habt ihr nen Radar und wir nicht Ja gut so Ja ich krieg nen Hit von meiner eigenen Granate Ja so muss das sein Ist halt auch scheiße Wär sie so scheiße wirft sollte auch So kassieren Alter Was ist denn hier los ey Hier ist ja gar nichts los grad wo du stehe Ja das ist nicht so geil Ich wette jetzt kommt gleich irgendwas von oben wieder aus meinem Kopf Äh runtersaust Na zu recht Ach komm ey Hey Alex Ja ist schon freudig Ich hab dich aber auch schon vorher Ich hab doch schon irgendjemanden vorher gesehen Aber dann nicht reagiert Voll dumm Ich kam da gerade erst hin also Ich weiß ich hab's gesehen wie da jemand hinkam Dann war ich voll verwirrt Ja das war erst mal erst mal geflasht Ja das war erst mal erst mal geflasht Halt dich auf wir uns ohne gesichtet Dein Team geht mir genau so auf den Sack Verwarte ich schnauze Alter Dein Team geht mir auf den Sack Dein, mein Team geht mir auf den Sack Alter Guck doch jetzt eh wieder gleich irgendein Schmarotze an und killt mich Nigga 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 Nenana NERGA Er darf dieses Wort andУns benützen Alter dieser Tuber geht mir so auf den Sack bei euch Alex auf zu weinen Der so einfach nur ein Neriesagsterben Alex ist auch zu weinen Ja ne mach ich aber nicht Der Tuber ist scheiße. Mit seiner Mutter hat keine Ehre, genauso wie er, äh, ehrenloser Bastard. Ja, wir haben ein ganzes Team, der Team läuft gerade, gerade abkratzt durch den Denken da hinten. Ja, läuft bei deinem Team, ne? Oh, ey. Da ist Tuber. La, 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 la. Das ist so cool, la, 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 la. Das ist auch. Oh, man, ey, der Nigger. Galt, dass du so scheiße bist. Ach, ey. Das ist auch nicht besser, aber egal, aber mit 2,8, das kann ich nicht toppen. Das kann ich nicht toppen. Alter, dein Team ist aber auch mal richtig scheiße, wenn du schon zweiter bist. Buhu. Hey, warum ist der erste, äh, der erste, sieben, sechzehn, euer Ernst? Ich kann auch nicht so, dass man Team, 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 Team so versagt. Ja, doch, wenn wir mal was dazu beitragen, dass das Team, äh, dass du noch besser bist. Ja, der macht genau da, wo ich stehe. Zum Beispiel mal positiv. Hä, der Tubor muss irgendwas schreiben, die Missgeburt. Der hat gar kein Recht über sich über irgendwas zu beschweren, ey. Als Tüber. Wieder, wie ich euch nicht mal sehe. Auch wieder dieser Typ. Ich bin einfach zu scheiße für alles einfach. Komm, zieh weg. Boah, ich selber keinen mehr. Komm, ich hab auch nicht auf meinem Hexenhaus raus. Ja, gar, mega lecker. Boah, wie die Action schon wieder da ist, ey. Ja. War ich bei deinem Team? Ja, absolut. Da pflücken wir uns gerade um mein Team. Ist ja auch nicht so schwer. Boah, mein Team braucht mich eh nicht. Aber ist auch gut so. Mein Team, was mich bräuchte, wäre im Arsch. Ha, Pille hat mich gerettet. Läuft bei dir. Boah, Alter, ich bin so schlecht. Bin noch schlechter. Ah, hab ich gerade mal dick, mega Lack gehabt. Ah. Juhu, 2,9 Uhr. Total nicht mehr rumgecampt am Ende. Zumutung, ja. Läuft bei dir, ja. Läuft bei dir, ja, Neger. Cheo, one, Mami. So. Ah, ja. Naja, Leute, das war's von der Folge. Wie es aussieht, hoffentlich, ich bleib's auch so in der nächsten Folge. Skythrow und Top Rhyme, bis dann. Tschüss. Tschüss.